Pass auf Telekom. Du machst das Internet für die kaputt, von denen du abhängig bist. Wir produzieren den Content, den du vermarktest. Wir schreiben die Blogs, die deine Nutzer lesen. Wir machen die Videos, die du streamst. Wir betreiben Services, die deine Kunden nutzen. Wir fassen das Weltgeschehen in 140 Zeichen und wir bezahlen dich, damit wir das auch konsumieren können. Wir sind das Netz. Versuch nicht uns zu verarschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017